Das war ein schlechter Ass, aber wirklich volles Milch. Die Ball ist da wirklich gerade Maxi Liu. Ja. Nächster. Oh, oh, oh. Den hat er von der anderen Seite sogar von oben reingelegt. Also so ein halberen Move von Bex DiLeo. Bex DiLeo für drei. Alles sehr statisch bei Fakten. Da ist immer wieder die Leo mit seinem defensiven Einsatz. Bex ist profitierter von Kaskin und Shit. All that dick. Great birthday to Leo for the fast round of rain. Bex DiLeo. So ein halberen Mod. Bex DiLeo. Deutschland, the crime, in the round arena, it's the player. Liker, aber dabei, Problem am 3er, Dileo lässt Pritzel stehen, sieht den Trait. Soll natürlich hier auch möglichst viel Spielzeit bekommen. Dileo, jetzt die 1 gegen 1 Qualität von Russell. Dileo muss den 3er nehmen, Dileo trifft den 3er. Das kommt immer, und Dileo für 3, Dileo. Dileo ist die 1 gegen 2. Die 2 gegen 1. Das ist ja auch auf dem Fall. Das ist aber schön. Wo ist nächster Ball gewesen? Jo, mit Dileo! Was ist der 2 gegen 1,5? Ja. Beleggen, Ballou, vornal gedoppelt, aber es ist schon freiwillig. 3 Sekunden noch. Unterpass auf die Leo. Der trifft den Dreier weg. Der trifft den Dreier und der passen. Beleggen, Beleggen, Beleggen. Beleggen, 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 Beleggen. Beleggen, 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 Belegg Ich weiß nicht, aber wieder ist dieser 4 von 8. 3 und 8. Klasse! Die Leo für 3. Erster Halbzeit hat er! Der Weltkampf und es sind die Deutschen in weiße. Die Leo. Die Leo, der Turnover, der Meilgewinn von die Leo, der macht die Punkte. Die Leo, die Leo, und die Leo. Die Leo, die Leo, die Leo. Die Leo, die Leo.